Hast du schon mal in einer Beziehung gesteckt, in der du alles gegeben hast, um deinem Partner es recht zu machen. Aber die andere Person hat sich trotzdem frustriert, trotzdem ungeliebt und trotzdem nicht gewertschätzt gefühlt. Das heißt, du hast dir vielleicht Komplimente gegeben, Geschenke gemacht, vielleicht hast du bei der Arbeit geholfen, die angefallen ist, aber trotzdem fühlt sich die andere Person nicht von dir gewertschätzt und nicht geliebt. Nach dem Buch Die 5 Sprachen der Liebe nach Dr. Gary Chapman kommt es zu so einer frustrierenden Situation oftmals, wenn wir nicht die gleiche Liebessprache der anderen Person sprechen. Das heißt, die Grundidee dieses Buches ist, dass wir Menschen nicht alle auf die gleiche Art und Weise Liebe geben und empfangen, sondern dass es 5 unterschiedliche Sprachen der Liebe gibt, in denen wir primär unsere Liebe ausdrücken und auch empfangen wollen. Ursprünglich waren die 5 Sprachen der Liebe ausschließlich für Paare angedacht, allerdings kann man diese Liebessprachen genauso gut auch auf andere Arten von Beziehungen anwenden, zum Beispiel familiäre Beziehungen, Freundschaften oder Arbeitsverhältnisse. Die meisten von uns gehen intuitiv davon aus, dass die Art und Weise, wie wir geliebt werden wollen, auch gleichzeitig die Art und Weise ist, wie andere Leute gerne geliebt werden wollen. Aber laut Gary Chapman ist das eben nicht der Fall. Wenn du nicht die gleiche Liebessprache wie dein Gegenüber sprichst, dann kann es dazu kommen, dass die andere Person sich ungeliebt und nicht gewertschätzt fühlt und du es noch nicht einmal bemerkst, weil du deine Liebe der anderen Person gegenüber in deiner Sprache ausdrückst und die andere Person aber Liebe eigentlich in ihrer Liebessprache empfangen möchte. Und damit das zukünftig nicht mehr vorkommt und sowohl du als auch die Menschen, die dir nahe stehen, zu der Erfüllung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse kommen, schauen wir uns in diesem Video die 5 Liebessprachen einmal nacheinander an. Die 5 Sprachen der Liebe sind Lob und Anerkennung, gemeinsame Zeit verbringen, Geschenke, Hilfsbereitschaft und körperliche Berührung. Fangen wir an mit Lob und Anerkennung. Für Menschen, deren primäre Liebessprache Lob und Anerkennung ist, ist es besonders wichtig, dass sie Wertschätzung von anderen Leuten in Form von Worten erfahren. Das heißt beispielsweise Worte wie Ich bewundere deine Art oder Ich bin dir so dankbar oder Die Arbeit, die du geleistet hast, die ist wirklich großartig, wird für diese Menschen als besonders positiv und als besonders wertschätzend wahrgenommen. Lob und Anerkennung ist wie ein positiver Verstärker für diese Leute. Dabei geht es aber nicht nur darum, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Arbeit oder ihre Taten gewertschätzt werden, sondern dass sie als Person selbst das Gefühl haben, dass sie als wertvoll und wichtig wahrgenommen werden. Außerdem ist wichtig zu beachten, dass es hier niemals um oberflächliches oder falsches Lob gehen sollte. Also für Menschen mit dieser Liebessprache ist es besonders wichtig, dass Lob ehrlich und aufrichtig geschieht, weil wenn es nur oberflächlich oder nur aus Höflichkeit geäußert wird, kann es teilweise sogar genau das Gegenteil bewirken. Menschen mit der primären Liebessprache, Lob und Anerkennung reagieren auch teilweise empfindlicher auf Kritik. Wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Arbeit oder sie selbst nicht geschätzt und nicht anerkannt werden, dann kann das negative Auswirkungen auf die Stimmung oder auf das eigene Selbstwertgefühl haben. Die zweite Sprache der Liebe ist gemeinsame Zeit. Diese Liebessprache bezieht sich darauf, dass Menschen sich geliebt und gewertschätzt fühlen, wenn ihr gegenüber ihnen die volle Aufmerksamkeit schenkt und Zeit mit ihnen verbringt. Dabei geht es nicht nur um die reine körperliche Anwesenheit, sondern vor allem um die emotionale Präsenz. Für Menschen mit dieser Liebessprache ist es also besonders wichtig, dass ihr ihr gegenüber mit ihnen Zeit verbringt, ohne dass irgendwelche Ablenkungen wie technische Ablenkungen oder Verpflichtungen dazwischen kommen. Sie möchten, dass ihr gegenüber ihnen zuhört, Aufmerksamkeit schenkt und auf sie eingeht. Es geht also nicht um die Quantität der gemeinsamen Zeit, sondern rein um die Qualität, die man miteinander verbringt. Die gemeinsame Zeit kann dabei verschiedene Formen annehmen, wie beispielsweise gemeinsam essen gehen oder gemeinsam kochen, Spaziergänge machen, Sport treiben, Reise oder Ausflüge oder aber einfach ein tiefgründiges Gespräch, in dem man wirklich ganz bei der anderen Person ist. Die dritte Liebessprache sind Geschenke. Diese Liebessprache bezieht sich darauf, dass Menschen sich geliebt und geschätzt fühlen, wenn ihr Gegenüber durch Geschenke zeigt, dass er an einen denkt und die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Wünsche kennt. Geschenke dienen für Personen mit dieser Liebessprache als ein Symbol der Zuneigung, ein Symbol der Wertschätzung und dabei müssen Geschenke in keinster Weise teuer oder sonderlich groß sein, sondern sollen einfach zeigen, dass sich das Gegenüber Zeit genommen hat, um etwas auszuwählen oder zu erstellen, was die eigene Persönlichkeit und die eigenen Interessen widerspiegelt. Zum Beispiel ein kleines Muckstück, das Bedeutung hat oder ein Buch, das die Persönlichkeit des Gegenübers widerspiegelt oder etwas Selbstgemachtes, was auf die Verbundenheit zueinander hindeutet. Und so kann man dem Gegenüber eben zeigen, dass man ihn wertschätzt und dass man sich um ihn kümmert. Die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Hier fühlen sich Menschen besonders geliebt, wenn ihr Gegenüber ihnen aktiv bei der Bewältigung von Aufgaben oder Herausforderungen hilft. Dabei geht es sowohl um praktische Unterstützung, aber auch um emotionale Unterstützung und das Gefühl, dass die andere Person für einen da ist, wenn man jemanden braucht. Menschen mit dieser Liebessprache schätzen es besonders, wenn ihr Gegenüber bereit ist, sich Zeit zu nehmen und sich aktiv an der Lösung von Herausforderungen, Aufgaben oder Problemen zu beteiligen. Darin sehen sie nämlich ein Zeichen der Zuneigung, ein Zeichen der Wertschätzung und fühlen sich dadurch besonders unterstützt und gestärkt. Einige Beispiele für Hilfsbereitschaft können sein, dass man bei den alltäglichen Aufgaben im Haushalt hilft, bei der Organisation und Planung von Aufgaben oder aber indem man bei der Bewältigung von Herausforderungen oder Schwierigkeiten zusammenarbeitet, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Wenn das Gegenüber die Liebessprache Hilfsbereitschaft spricht, dann ist es wichtig, besonders eine erhöhte Bereitschaft zu zeigen, sich aktiv an der Bewältigung von Aufgaben und Herausforderungen zu beteiligen und praktische, aber auch emotionale Unterstützung der anderen Person anzubieten. Und schließlich, die letzte Liebessprache ist körperliche Berührung. Wie der Name schon sagt, fühlen sich Menschen, deren primäre Liebessprache körperliche Berührung ist, besonders geliebt, besonders gewertschätzt, wenn sie körperliche Nähe und Berührung zu anderen Menschen erfahren. Und dabei geht es zum einen um körperliche Gesten wie Umarmungen, sanfte Berührungen an der Schulter oder eine Massage oder aber in der Partnerschaft fallen darunter natürlich auch intime Formen der körperlichen Nähe. Menschen mit dieser Liebessprache fühlen sich also besonders geliebt, besonders gewertschätzt, wenn ihr Gegenüber ihnen körperlich nahe ist. Jetzt, wo wir alle fünf Sprachen der Liebe besprochen haben, kannst du dir mal die Frage stellen, mit welcher Sprache identifizierst du dich am stärksten? Nach Gary Chapman spricht jeder Mensch nur eine primäre Liebessprache, genauso wie wir alle in der Regel nur eine Muttersprache haben. Das heißt, die Idee ist, auch wenn wir natürlich jede Form der Wertschätzung gerne haben, dass wir letztlich eine Liebessprache haben, die für uns besonders wichtig ist. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mehr Klarheit über die eigene Liebessprache zu bekommen. Zunächst einmal kannst du jede einzelne Liebessprache durchgehen und dir vorstellen, wie es wäre, wenn dein Partner oder eine andere nahestehende Person dir diese Form der Wertschätzung gibt und einfach schauen, wie fühlt sich das für dich an. Wenn du danach immer noch unsicher bist, kannst du an deine Kindheit zurückdenken und überlegen, wie haben dir deine Eltern Liebe gezeigt? Was hat dir das Gefühl von Liebe vermittelt? Es kann nämlich gut sein, dass das Auswirkungen darauf hat, wie du heute Liebe ausdrückst und empfängst. Ein weiterer Weg ist, zu fragen, was ist dein erster Instinkt, wenn du anderen Personen deine Liebe zeigen möchtest? Was kommt da intuitiv für einen Impuls? Weil das kann auch ein guter Indikator dafür sein, was deine Liebessprache ist. Und die nächste Möglichkeit ist zu reflektieren, wie du in der Vergangenheit tief verletzt worden bist. In welchen Situationen hat es irgendwie am meisten geschmerzt? Weil tendenziell reagieren wir deutlich empfindlicher, wenn unsere Form der Wertschätzung in einer Situation verletzt wurde. Und schließlich, wenn du jetzt immer noch unsicher bist, dann kannst du auf die Website 5lovelanguages.com gehen und dort einen Test durchführen, in dem du deine Liebessprache identifizieren kannst. Wenn du deine eigene Liebessprache kennst, dann macht es außerdem Sinn, die Liebessprache deines Partners oder deiner engsten Beziehungen zu identifizieren. Wann fühlt sich diese Person am meisten geliebt und am meisten gewertschätzt? Wenn du diese Antwort auf die Frage weißt, dann kann dir das dabei helfen, die Wertschätzung nämlich so auszudrücken, dass die andere Person sich am meisten gesehen, am meisten geschätzt und am meisten geliebt fühlt. Und dann können wir ganz bewusst regelmäßig etwas tun, um quasi den Liebestank der anderen Person zu füllen. Der Liebestank ist eine Metapher von Gary Chapman. Dabei ist quasi der Liebestank wie auch ein Tank im Auto. Wenn er voll ist, dann fühlst du dich unfassbar geliebt und voller Energie und ein voller Tank kann dich auch mal durch schwierige Zeiten und Beziehungsprobleme bringen. Wenn hingegen dein Tank nicht regelmäßig gefüllt wird, dann besteht die Gefahr, dass du irgendwann ausbrennst und in der Beziehung nicht mehr weiterkommst. Das heißt, wir möchten in unseren Beziehungen unseren Liebestank so voll wie möglich halten, indem wir so oft wie möglich in der Liebessprache von uns und auch in der Liebessprache unseres Gegenübers uns gegenseitig Wertschätzung austauschen. Und dadurch können auch in Beziehungen, in denen die Gefühle ein Stück weit verloren gegangen sind, oftmals Gefühle mit der Zeit wieder zurückkommen und stärker und stärker werden. Nach Gary Chapman ist nämlich Liebe eine Entscheidung und nicht etwas, was komplett außerhalb unserer Kontrolle ist, was manchmal kommt und manchmal geht, sondern durch dieses Auffüllen unseres Liebestanks, durch das Sprechen unserer jeweils individuellen Liebessprache, kann das Gefühl von Liebe immer stärker und stärker werden. Deswegen finde heraus, was deine Liebessprache ist, finde heraus, was die Liebessprache von deinen engsten Beziehungen ist und dann verpflichte dich selbst dazu, quasi jede Woche irgendwas Besonderes für die andere Person zu tun, was mit ihrer primären Liebessprache zusammenhängt. Über die Liebessprachen hinausgehend gibt es meiner Meinung nach drei noch ganz wichtige und zentrale Faktoren, die eine Beziehung und auch die andere Person zum Aufblühen bringen lässt. Falls dich diese drei Faktoren interessiert, worum es sich dabei handelt, dann schau dir gerne das Video an, das ich dir hier verlinke, dort geht es genau darum. Außerdem, falls dir das Video gefallen hat, dann lass sehr gerne einen netten Kommentar da. Meine primäre Liebessprache ist nämlich Lob und Anerkennung, also falls du mir den Gefallen tun möchtest, dann freue ich mich sehr über einen netten Kommentar und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, Servus!